Ich bin froh, dass wir das Integrationsgesetz heute beschließen konnten, denn die Integration von Flüchtlingen ist eine Riesenherausforderung. Mit diesem Gesetz sind wir wieder einen Schritt vorangekommen. Das Integrationsgesetz sieht ein Burka-Verbot im öffentlichen Raum, einem verpflichtenden Integrationsjahr und das Verbot von salafistischen Koranverteilaktionen vor. Aber auch mehr Deutsch- und Wertekurse sind vorgesehen. Die Teilnehmer am Integrationsjahr bekommen einen Integrationspass und bleiben als Asylberechtigte in der Mindestsicherung, Asylwerber wiederum in der Grundversorgung. Beim Integrationsjahr handelt es sich um jenen Teil des Integrationspakets, den sich vor allem die SPÖ auf ihre Fahnen heftet. Asylberechtigte, Subsidierschutzberechtigte und Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit werden durch den Besuch verschiedener Kurse näher an den österreichischen Arbeitsmarkt herangeführt. Der ÖVP und ihrem Integrationsminister Sebastian Kurz geht es beim Integrationsjahr vor allem darum, dass bereits vorhandene Angebote wie Werte und Deutschkurse verpflichtenden Charakter bekommen und anerkannte Flüchtlinge darüber hinaus gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Im Falle der Verweigerung von Deutsch- und Wertekursen kann es zu Kürzungen der Mindestsicherung kommen. Es wird verpflichtend sein, gemeinnützige Arbeit zu leisten und auch diese Deutsch- und Wertekurse zu besuchen. Wer das nicht tut, dem wird die Mindestsicherung gestrichen. Für Aufsehen im Gesetz sorgt das Burka-Verbot, denn das kann richtig teuer werden. Wer künftig mit einer Vollversteuerung im öffentlichen Raum auftritt, muss mit saftigen Strafen bis zu 150 Euro rechnen.